moin wieder ich habe euch eine frage gestellt und das habt ihr super geantwortet und wir haben natürlich einen gewinner gefunden aber die antwort auf meine frage war natürlich die sg flensburg-handel wird hat die erste meisterschaft der vereinsgeschichte am 16 mai 2004 gewonnen natürlich und der gewinner hat schon bescheid bekommen aber danke fürs mitmachen hat spaß gemacht alle die antworten zu sehen natürlich hat viele von euch die ahnung davon und wussten genau wann wann es war also immer noch wünsche ich euch einen schönen sommer und ich hoffe dass wir uns bald wiedersehen in die fans arena weil das vermissen wir alle so viel also bis dann